Aber vier Jungs, die gleich mit ihrer ersten Single auf Platz 1 landeten, haben einen umwerfenden Erfolg. Umwerfend im wahrsten Sinne des Wortes. Denn bei ihren ausverkauften Konzerten fallen reihenweise die Mädchen in Ohnmacht. Sie sind Deutschlands größte und erfolgreichste Teenie-Band. Hier ist für Sie Bill, hier ist Tom, hier ist Gustav und hier ist Georg. Und das zusammen ist Talkshow Hotel. Keiner weiß, um Füße zu gehen, keiner da, der dich versteht. Der Tag war dunkel und allein. Du schreibst Hilfe mit deinem Blut, obwohl es immer wieder wehtut. Du machst die Augen auf und alles bleibt gleich. Ich bin nicht nur, ich will auch viel zu gehen. Ich bin nur hier, um dir zu sagen. Ich bin da, wenn du willst. Schau dich um, dann siehst du dich. Ganz egal, wo du bist. Wenn du nach mir greifst, dann halte ich dich. Dein Insel im Meer, deine Schrecken ist sonst schwer. Und alles, was du brauchst, hast du nicht. Du suchst den Regenboden, er liegt zu früh für dir am Mond. Der Herz so lang ist gegen die Strahlung, nur für dich. Ich will dich tun, ich will auch nicht zu lange bleiben. Ich bin nur hier, um dir zu sagen. Du bist nicht alleine. Ich bin an deiner Seite. Ich bin da, wenn du willst. Schau dich um, dann siehst du dich. Ganz egal, wo du bist. Wenn du nach mir greifst, dann halte ich dich. Wenn du nicht mehr verstehst, wenn du die Welt nicht mehr verstehst. Und jeder Tag, wenn nichts vergeht. Wenn sich der Sturm nicht mehr legt. Und du die Nacht nicht mehr entfricht. Ich bin da, wenn du willst. Ganz egal, wo du willst. Ich bin da, wenn du willst. Ich bin da, wenn du willst. Ich bin da, ganz egal, wo du bist. Ich bin da, schau dich um, dann siehst du mich. Ich bin da, wenn du nach mir greifst, dann halte ich dich. Ich bin da, wenn du willst. Ganz egal, wo du bist. Ich bin da, schau dich um, dann siehst du dich. Ich bin da, schau dich um, dann siehst du dich. Ich bin da, schau dich um, dann siehst du dich. 1, 2, 3, 1. Sonst hört man, sonst hört man von Tom und Bill gar nichts. Das ist ein Riesenerfolg in 15 Ländern unter den Top Ten. Ja, also das ist unfassbar für uns gerade echt die aufwendigste Zeit, die es eigentlich gibt. Wir dachten erst nach dem ersten Jahr, okay, wie soll es noch für uns weitergehen, was wollen wir denn noch erreichen? Wir haben so viel jetzt geschafft und jetzt irgendwie sind wir in so vielen Ländern unterwegs und wahnsinnig erfolgreich. Das ist unfassbar für uns. Manchmal ist das echt überhaupt nicht greifbar. Ich habe mit Märchen auch nichts mehr. Stimmt, ey, mit Märchen. Trammer. Tom. Wenn man, wenn ihr eine Sekunde ruhig wärt, wäre das ganz, ganz lieb, oder? Ja, das... Aber das kriegen wir nicht hin. Doch, wir kriegen das hin gemeinsam. Wir versuchen das mal. Tom. Tom, in Frankreich, wir machen das jetzt ganz leise, dann müssen wir zuhören. In Frankreich lernen Teenies die deutsche Sprache, damit sie eure Songs verstehen. Ja, das ist auf jeden Fall sehr gut so. Das ist in Frankreich so, das ist in vielen anderen Ländern auch so. Und wenn wir rauskommen, Autogramme schreiben, auch in den Zahlen und so weiter, die Fans sprechen echt Deutsch mit uns. Und das ist auf jeden Fall ein cooles Ziel. Und jetzt ist Israel auf dem Programm. Auch die haben gesagt, wir wollen Tokio Hotel. Tel Aviv wird das nächste Konzert sein, ja. Wann? Ich glaube, das ist am 6. Oktober, wenn wir hier alles tollen, weiß aber nicht ganz genau. Also heute in drei Tagen. Also in den nächsten Tagen auf jeden Fall. Ich wünsche euch was. Toi, toi, toi. Grüß dich an anderen Weltmarkt. Von uns in Deutschland. Tschüss, Georg. Tschüss, Gustav. Tschau. Tschüss.